Beim Wischen mal schnell den Mob an die Wand angelehnt und zack hat man schwarze Schlieren. Mit dem Magic-Click von Sprintus bleiben ihre Wände sauber, denn die innovative Technik haut so schnell gar nichts um. Grund ist eine patentierte Aufrecht-Steh-Funktion und ihr Magic-Click steht wie von alleine. Warum der Magic-Click wie von Zauberhahn steht, ist dieses kleine Kügelchen, das in dieses Gelenk einrastet und schon steht der Wischer. Der Magic-Click ist zudem benutzerfreundlich und komfortabel. Durch das wendige Gelenk lässt er sich in jede Richtung schwenken. Die Metallteile sind zudem aus Edelstahl. Heißt, sie haben sehr lange Freude an ihrem Magic-Click und ihr Wischer lebt besonders lange. Während des Wischens mal schnell absetzen, einen Kaffee trinken, keine Schlieren mehr an der Wand. Mit einem Klick löst der Magic-Click all die Probleme herkömmlicher Wischer und ist somit definitiv der Meister unter den Klapphaltern.